Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wird Millionär? Heute mit dem Brammen, der Jonathan und mir, dem Peter. Hallo. Geht darum, wer kann am meisten Kohle machen am Ende der Runde. Habt ihr Bock? Ja. Ich will die Mio. Sehr gut. Wir werden gewinnen. Die Mio heute. Alles klar, wir holen uns die Mio heute. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Zusammengerechnet? Ja. Zusammengerechnet holen wir 1500. Wer sein Geld mit dem Handel von Brettern, Balken und Latten verdient, der macht mit Heizöl, Treibstoff, Erdgas, Holz, Kohle. Der macht mit Holz, Kohle. Würde ich sagen. Nehmen wir. Richtig. Geil. Es ist die Holz, Kohle. Also der macht mit Holz, Kohle. Was aktuell sehr schwierig ist, denn Holz ist ausverkauft. Einfach überall. Holz ist aktuell ein Rohstoff. Ist Holz ein Rohstoff? Ja, in Strategie spielen ist Holz ein Rohstoff. Also irgendwie scheint die Welt vercheckt haben, wenn die Welt ein Strategiespiel wäre, genug Holzabholzungsdinger zu bauen. Wie lässt sich die Person beschreiben, die dem Töpfer das Arbeitsmaterial reicht? Bestimmend, autoritär, tonangebend oder dominant? Schöne Fragen. Autoritär, dominant, tonangebend. Okay. Es ist doch der Dominant, oder? Nein, es ist tonangebend. Aber cool, dass Domi hier einen kleinen Gastauftritt hat. Viele Leuchtstäbe leuchten. Wurden sie vorher traurig, geknickt, enttäuscht oder melancholisch? Knicklichter. Die sind cool. Die wurden geknickt. B. Geknickt. C. Enttäuscht. Oder D. Melancholisch. Das ist nicht mal mehr ein gutes Wortspiel. Das ist jetzt schon, ich würde sagen, bemüht. Aber die Antwort ist trotzdem geknickt. Die einen sprechen von Arrest oder Gewahrsam. Die anderen sagen Haft, großartig, erstklassig oder überragend. Sagen Haft. Die anderen sagen Haft. Großartig. Oh mein Gott. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Die anderen sagen Haft, großartig, erstklassig oder überragend. Die anderen sagen Haft. Worin finden sich die Bauerfeind, die Müller-Hohenstein und die Göring-Eckardt buchstäblich wieder? Bier saufen, Wodka trinken, Wein schlürfen, kurze kippen. Bier saufen, Wodka trinken, Wein schlürfen, kurze kippen. Oder D. Kurze kippen. Worin befinden sich die Bauerfeind, die Müller-Hohenstein und die Göring-Eckardt buchstäblich wieder? Ich sitze gerade vor dieser Frage und mein Gehirn rattert und ich bin gerade am überlegen, was ich hier verchecke. Göring-Eckardt, ist das nicht die von den Grünen? Und Müller-Hohenstein, ist das nicht die ZDF-Sportreporterin? Keine Ahnung, wer Bauerfeind ist. Wohin, worin befinden sich die Bauerfeind, die Müller-Hohenstein und die Göring-Eckardt buchstäblich wieder? Buchstäblich. Müller-Hohenstein, Bauerfeind, Göring-Eckardt, ich habe keine Ahnung. Irgendwann verchecke ich hier gerade richtig übel und ich weiß nicht was. Bier saufen, Wodka trinken, Wein schlürfen, kurze kippen. Eines dieser vier Begriffe hat eine andere Bedeutung. Also, Bier saufen kann man als Bier saufen verstehen. Und vielleicht hat es noch eine andere Bedeutung, die ich gerade nicht checke. Das gleiche wie Wodka trinken oder irgendwas anderes. Wein schlürfen oder irgendwas anderes. Kurze kippen oder irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung, ich verstehe die Frage nicht mal. Worin finden sich die Bauerfeind? Das heißt wahrscheinlich jemand. Die Müller-Hohenstein und die Göring-Eckardt buchstäblich wieder. Das ist wohl eine Marke. Ich habe keine Ahnung. Hä? Okay, ich stehe komplett auf dem Schlauch. Was? Was? Wo finden sich Bauerfeind? Müller-Hohenstein? Göring-Eckardt? Oh mein Gott, die heißen Katrin alle. Stimmt. Katrin Müller-Hohenstein, Katrin Göring-Eckardt. Keine Ahnung, Katrin Bauerfeind. Wodka trinken. Katrin. Oh mein Gott. Alter. Ey, ey, ey. What? Müller-Bauerfeind. Ich weiß es nicht. Ich nehme Joker. B. Wodka trinken. Okay. Ich weiß nicht, was es heißen soll. Scheiße. Ich weiß nicht, was es heißen soll. Ich nehme den 50-50-Joker. Okay. Wodka trinken oder kurze kippen? Wieso Wodka trinken? Ich verstehe es nicht. Das kann jetzt nicht wahr sein. Worum geht es meistens, wenn man von Verdunklungsgefahr die Rede ist? Kino-Seele, Himmelskörper, ein Tatverdächtigen oder ein aufziehendes Gewitter? Scheiße, was war denn nochmal Verdunklungsgefahr? Ich meine, es geht um einen Tatverdächtigen, wenn der quasi seine Beweise vernichtet. Deswegen nehme ich den. Worum geht es meistens, wenn man von Verdunklungsgefahr die Rede ist? Was? Aber es ist ein Tatverdächtiger. Ja, willkommen bei Piz Piz oder Jay blamiert sich. Yay, das war ja eine tolle Runde. Mensch. Dabei handelt es sich in der Rechtssprache um den dringenden Verdacht, dass eine zurzeit noch nicht inhaftierte Person Beweismittel vernichtet, vernichten, ändern oder zeugen und Mitbeschuldigte beeinflussen könnte. Das heißt, das wird auch genannt, die Kollusionsgefahr. Was ist ein sogenanntes Necessaire? Necessaire? Wie manche einen kleinen Kulturbeutel bezeichnen. Der Wort Herkunft nach auf jeden Fall. Necessary. Ich würde auf notwendig gehen. Notwendig, würde ich sagen, weil necessary. Ja, guck mal. Das ist jetzt hier so eine 2000 Euro Frage. Also. Ordnet der Schiedsrichter eine Unterbrechung des Wettkampfes an. Kommt er dazu in vielen Sportarten mit seinen Händen ein... Ein R. Okay, wie würde ich das machen? Ne, ein S. Stopp. Das würde gehen. Ein T. Ja, das gibt es. Klar, ein T. So, Time Out. Alter, das kann doch nicht sein, dass jetzt hier diese Frage... Also. Grün ist das Land, rot ist die Kant, weiß ist der Sand. Das sind in einem Spruch zufolge die Farben von... Ja. Feuerland, Griechenland, Lohmannland, Helgoland. Alter, Vater. Grün ist das Land, rot ist die Kant, weiß ist der Sand. Ja. Das sind die Farben von... Ja. Sehr, sehr gute Frage. Grün ist das Land. Rot ist die Kant. Wahrscheinlich so Felsen. Weiß ist der Sand. Mein erster Gedanke war Helgoland. Aber ich habe keine Ahnung. Den könnte ich denn anrufen? Wer wüsste sowas? Wer könnte sowas wissen? Grün ist das Land, rot ist die Kant, weiß ist der Sand. Also viel Grünfläche, rote Kanten und an der Seite, wo Sand ist, ist weißer Sand. Oder ich nehme 50-50 und wenn Helgoland stehen bleibt, ist gut. Griechenland ist es nicht. Das heißt, am geilsten wäre, wenn Griechenland stehen bleibt und was anderes. Oder jemand anrufen. Aber wen könnte ich anrufen? Denken wir kurz drüber nach. Wen könnten wir anrufen? Wer könnte so'n Scheiß wissen? Okay, ich muss mal, wir scrollen mal, wir scrollen mal ganz kurz durchs Kontaktebuch. Wer könnte sowas wissen? Wer hat so'n Allgemeinwissen, dass der sowas weiß? Hm. Ruf Mango an. Sprechspartner ist zur Zeit. Äh, da, 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 da. Ich versuche, die Geschäftsführer von EA anzurufen. Oder auch nicht. Okay. Doch, doch. Hallo? Moment, jetzt ist er dran gegangen. Ich rufe Maxim an. Hey, Dude. Hey, Maxim. Willkommen bei Wer wird Millionär? Unser Kandidat Dennis Bram sitzt hier gerade auf dem Stuhl. Und er bräuchte Ihre Hilfe. Ja, dann los. Okay. Ähm. Die Frage ist, grün ist das Land, rot ist die Kant, weiß ist der Sand. Das sind in einem Spruch zufolge die Farben von A, Lummerland, B, Helgoland, C, Griechenland oder D, Feuerland. Kann ich nochmal die Frage hören? Grün ist das Land, rot ist die Kant, weiß ist der Sand. Das sind in einem Spruch zufolge die Farben von Lummerland, Helgoland, Griechenland oder Feuerland. Ja, also Griechenland ist nicht. Ähm, Helgoland und, äh, Helgoland hat bestimmt keine eigene Fahne. Also irgendwas in Nummerland oder das, das, das letzte quasi. Okay, möchtest du dich festlegen? Oder soll ich noch einen 50-50-Joker nehmen? Achso, äh, oh, festlegen gar nicht. Da bitte, da hast du, du hast alles gegeben. Und wenn du mich anrufst, ich höre D sagen, mein Bauch sagt D. Dein Bauch, okay, komm, wir machen jetzt D. Leider war es Helgoland. Scheint wohl so, aber ist ja egal. Vielen, vielen Dank, Maxim. Jo, kein Problem. Ciao. Ich könnte auch, cool, ich könnte für aktuellen Fragen zu Ende spielen. Na, ich habe 500 Euro, demanden das, gewinnen sie mal 500 Euro. Mal gucken, wie weit die anderen gekommen sind. Was ist die Kant? Okay, guck mal, ich kann ja googeln. Mega gut. Kant. Okay, mega smart von mir. Erstmal Kant zu googeln. Äh, Fluss, Kant, Fluss. Das ist die, ah ja. Die steil abfallende, unzugängliche Felsküste im Norden aus leuchtend rotem Bunt-Sand-Stein. Deswegen ist die Kant rot. Das ist, äh, im Endeffekt eine Felsküste aus rotem Stein. Guck mal, okay, wir sind durch. Ich finde es geil, dass die das geupdatet haben. Dass du, äh, jetzt zu Ende spielen kannst, wenn du raus bist. Ja, das ist, äh, cool für alle Leute, die da tagtäglich gestoßen haben. Oh, Leute, da habe ich vielleicht, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich war so enttäuscht, nachdem ich mich ausgeklickt habe, dass ich gar nicht weiter gespielt habe. Ich habe auch nicht weiter gespielt. Ich habe zu Ende gespielt. Alles andere wäre auch bitter gewesen, weil ich war sehr früh raus. Ich war so enttäuscht. Ja, möglicherweise, ja, weil ich halt scheiße war. Okay. Also es gab eine Frage, die ich bis jetzt noch nicht verstanden habe. Bauer und Feind. Ja. Easy Snack, da habe ich lange für gebraucht. Wodka trinken ist es, weil Katrin da drin ist. Das verstehe ich immer noch nicht. Das sind Müller-Hohenstein und Katrin Göring-Eckardt und Katrin Bauerfeind. Das sind Personen. Und buchstäblich ist in Wodka trinken Katrin drin. Oh mein fucking Gott, Alter. Also ich habe das anders analysiert. Ich habe links oben auf den Button gedrückt für Publikumsjoker und habe dann auf die richtige Antwort gedrückt. Alter. Da habe ich lange für dran gesessen an dem Wodka trinken, muss ich auch sagen. Das war wirklich eine schwierige Frage, bis ich die gerafft habe. Ich habe buchstäblich und wortwörtlich verwechselt, glaube ich, dann in dem Zusammenhang und bin verzweifelt und habe dann aber weitergespielt. Und ja, aber habe dadurch dann 500 Euro. Ey, Peter. Nein. Hast du, du bist bei Wodka trinken rausgeflogen? Yes, Sir. Ja, sagen wir mal so, ich bin weitergekommen. Ich bin auch weitergekommen, aber am Ende bin ich auch bei 500 Euro. Ja, okay. Ich sage mal so, wir haben zusammen 1500. Ich bin genau eine Frage weitergekommen, weil ich dachte, Verdunklungsgefahr wäre ein Himmelskörper. Das dachte ich auch. Und ich habe das erst vercheckt. Ich dachte erst, wann ist denn das? Ich wusste überhaupt nicht, was Verdunklungsgefahr ist, bis ich halt geguckt habe, was Beweise vernichten. Oder dass es Beweise vernichten ist. Ich kenne halt, die Erde wird verdunkelt durch irgendwas. Ja. Ja. Ne, das wusste ich. Das wusste ich noch. Okay. Das heißt, Bram ist theoretisch am Weitesten gekommen. Ich wusste leider nicht, was die Farben von Helgoland sind. Ah, da hatte dann auch kein Joker mehr geholfen. War aber dann eine sehr hohe Frage, oder? Ne, das war die 8000 Euro Frage. Oh Gott. Wir gehen los mit, irgendwie grün ist das Land, rot ist die Kant, nach welcher Farbe, ne, weiß ist der Sand, das sind die Farben von. Und das sind dann Lummerland, Helgoland, Griechenland und Feuerland. Und ich habe Maxim angerufen und Maxim dachte, Feuerland, das war leider falsch. Das war leider Helgoland. Hast du nachgegoogelt? Also danach dann? Ne, ich habe das nicht nachgegoogelt. Schauen, ich kann es dir nämlich jetzt erklären, weil ich dachte, rot ist die Kant, was soll das heißen? Das sind Berge am Rand. Ja, das ist ein Felsklippe, genau, aus Sand. Ach, Quatsch, aus rotem Stein. Zu der Conclusion bin ich auch gekommen, aber ich wusste nicht, ob, das konnte für mich auf alles auch zutreffen, weißt du? Ja, okay. Naja. Das war ja mal richtig stark. Ja, aber die Leute haben ganz viel gelernt, weil ich dann jede Frage noch gegoogelt habe, um die Erklärung rauszufinden, bis zur Millionenfrage. Nice. Nice. Aber die dann nicht. Sehr gut, Peter, da hast du einen guten Job gemacht. Das heißt, ihr wisst jetzt sehr viel mehr als vorher, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und konntet über uns lachen, seid jetzt klüger und ich hoffe, das hat euch gefallen. Vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.